Wir haben heute Abend eine Menge Purge-Spiele gespielt. Und wir haben nur noch eins übrig. Es heißt, Mami's Entscheidung. Wer von euch soll die diesjährige Purge überleben? Unser Land riskiert, seine Seele zu verlieren. Die Opfer der Purge sind die Armen und Unschuldigen. Die Senatoren wird gewinnen. Und sie wird eine Menge verändern. Unser Land wird über diese Nacht definiert. Wir müssen etwas unternehmen gegen diese Senatorin. Wir müssen die Purge beenden. Sie gehen ein hohes Risiko an, Senatorin. Das muss ich. Ich habe als Einzige aus meiner Familie überlebt. Wieso haben Sie sich für diesen Job beworben? Ich habe während einer Purge-Nacht beinahe etwas Schlimmes getan. Ich will, dass das endet. Ich will Männer in jedem Zimmer. Wir hören und sehen hier alles. Also gut, fangen wir an. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung. Soweit die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für zwölf Stunden erlaubt. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Jemand hat uns verraten. Das ist keine Übung. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Jetzt gibt es nur noch ein Ziel. Überleben. Senatorin, kommen Sie mit uns. Ich hoffe, Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Vielleicht ist es unsere Pflicht, Sie zu beschützen. Da kommen Sie. Fassen Sie! Gesegnet sei Amerika, dass wir unsere Seelen säubern dürfen. Lasst uns gemeinsam das Böse vernichten. Die Purge führt zur Reinheit. Die Purge führt zur Reinheit. Denkt nur daran, wie viel Gutes uns die Säuberung bringt. Sie desertetal ist auch, wie viel Gutes uns die Säuberung Parr und andere dort wochen. Viel gpedonych sind es. Wir danken, dass Sie s 对, alles points zu überpassen wird. Wir danken, dass Sie genau erklären und dass Sie das Sterben nicht sehen,